Hello, hello, hello! Ich grüße dich ganz herzlich und schön, dass du da bist. Sonnige Grüße dahin, wo auch immer du bist. Ich würde mit dir mal gerne über das liebe Thema Geld sprechen. Über Geld, über Investments, über Rendite, über Geld vermehren. Will ja niemand, Geld vermehren will ja niemand. Spaß beiseite. Wie komme ich da drauf? Wir kennen das ja alle, dass ab und zu schon mal Preise steigen. In jeglichen Bereichen. Manchmal sind wir dazu geneigt, uns darüber aufzuregen. Manchmal sehen wir es einfach nur, dass ein Preis sich erhöht hat. Und manchmal, kenne ich auch nur zu gut von mir, vielleicht kennst du das ja auch, wollen wir uns etwas leisten, zum Beispiel Mentoring, eine Begleitung, um mal ein paar Themen im Leben zu lösen. Und dann überlegen wir und überlegen wir und überlegen wir, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Und dann verlieren wir es wieder aus den Augen, dann drehen wir uns wieder im Kreis und irgendwann merken wir so, jetzt muss ich endlich mir diese Begleitung holen. Und dann gehe ich noch mal auf die Seite von derjenigen und dann sind die Preise höher. Dann haben die Preise sich verändert. Das sind Dinge, die mir auch schon passiert sind. Und deshalb habe ich mir eins angewöhnt, wenn sich etwas gut für mich anfühlt, ich gucke auf den Preis, atme vielleicht mal kurz, vielleicht wegen der Höhe. Let's go! Fühle mich hinein, bringe es mir mehr. Ja, werde ich es mir auch ermöglichen. Ja? Vielleicht kennst du das ja auch. Vielleicht geht es dir ja sogar bei mir so, dass du denkst, ah, ich würde mich gern begleiten lassen. Ich würde ja auch gerne frei leben. Ich würde mich ja auch gerne viel mehr irgendwo in der Sonne aufhalten oder überhaupt auf der Welt dort aufhalten, wo es mir gerade gefällt. Ganz nach meinem Seelenplan, auch dem Ruf meiner Seele folgen, meinen Seelenberuf ausüben und auch gerne mal mehr Geld in mein Leben lassen. Könnte ja es sein. Egal, ob du mich schon länger verfolgst oder ob ich ganz neu in deinem Universum bin. Und kürzlich hat, und so komme ich auch hier drauf, um da mal dir ein bisschen was mitzugeben, zum Bewusstmachen, hatte sich halt jemand gewundert, beklagt, ja, die gerne jetzt in die Akademie gekommen wäre und jetzt aber zu dem Preis, ja, hat sich ein bisschen darüber ausgelassen, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und das Ding ist, ja, natürlich passe auch ich meine Preise an. Aber ich passe auch immer unter dem Aspekt an, wo ist der größte Benefit, der größte Return of Invest für diejenige, die sich dazu entscheidet, in sich zu investieren und in dem Falle sich von mir begleiten zu lassen. Weil ich kann dir ja den Weg zeigen von A nach B, wie du da, wo du jetzt gerade stehst, mit den Themen, die dich gerade beschäftigen, belasten, wie du da in das freie Leben durchstarten kannst, ja. Und das ist ja auch der Grund, warum wir investieren. Der Name sagt es ja schon, ich investiere in was? Ich investiere zum Beispiel in Aktien ja nicht, um einen Verlust zu machen, sondern um einen Gewinn zu machen. So, und so bin ich natürlich auch ständig dabei, mich weiterzuentwickeln, ständig dabei, in mich zu investieren, ständig dabei auch mir die Frage zu stellen, wie kann ich dich noch besser begleiten? Und entsprechend erhöht sich dann natürlich auch schon mal das Invest. Das ist der erste Schritt, mal zum Bewusstmachen. Wir investieren ja, um einen Gewinn zu machen, nicht um zu verlieren. Und die beste Investition ist immer noch die Investition in sich selbst, weil das Wissen, was du dir aneignest, das Wissen, was ich durch die enormen Investments in mich die letzten Jahre mir angeeignet habe, das kann man ja niemand mehr nehmen. Und deshalb interessieren mich jetzt auch, egal in welchem Bereich, keine steigenden Preise mehr, sondern, ah, ist interessant, dürfen wir einfach mal noch ein bisschen mehr Geld ins Leben lassen und dann können wir uns das auch weiter leisten oder neu leisten. Ja, nach oben sind ja nie Grenzen gesetzt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich dir mal mit auf den Weg geben möchte, eine ganz andere Denkweise. Statt zu schimpfen, sich als Opfer zu fühlen und, und, und. Und, weil wir selbst haben es immer in der Hand, die Geldenergie zu empfangen, es uns zu erlauben, ja, das, was wir brauchen, um so zu leben, wie wir gerne leben möchten. Da dürfen natürlich auf der Zellebene ganz, ganz viele Dinge gelöst werden, die da abgespeichert sind, die es bis eben verhindern. Und jetzt bringe ich nochmal ein Beispiel zum Investment. Guck mal, wenn du auf deinem Computer schaust, wie viele kostenfreie E-Books, kostenfreie Anleitungen, Impulse, Audiodateien hast du da? Wenn du in dein Bücherregal schaust, wie viele Bücher für 20, 30, 40 Euro hast du da? Mit Anleitungen, egal zu welchen Bereichen, selbst und frei bestimmt leben, Geldblockaden lösen, keine Ahnung was. Wenn du in dein CD-Regal schaust oder in das DVD-Regal, wenn du sowas noch hast, wie viele DVDs und CDs hast du da? Oder halt auch auf dem Computer in Form von Webinaren und Kursen von 100, 200 Euro. Ich habe etliche da drauf. Die letzten Jahre sind zwar keine mehr dazugekommen, weil ich solche günstigen Produkte mir überhaupt nicht mehr kaufe, weil ich doch genau weiß, Input gleich Output. Das heißt, ich bringe dir ein Beispiel. Ich kaufe mir irgendeinen Kurs für 200 Euro. Nur mal, um das jetzt mal als Maßstab zu nehmen. Ich gebe 200 Euro Energie da rein und hole mir doch gerne mal das Geld, das liebe Thema Geld, Kurs, 200 Euro, um frei und selbstbestimmt zu leben. Wenn ich 200 Euro investiere, also reingebe ins universelle Feld, was kann ich dann rausnehmen? Nur 200 Euro, nicht mehr. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Voraussetzung ist aber auch, dass ich tatsächlich auch diese Dinge umsetze. Und das ist ein weiterer Aspekt. Wenn ich mir mal was erlaube für 20 Euro, 200 Euro und es wird unbequem, die Anleitungen, die ich da bekomme, dann bin ich schon mal dazu geneigt, das brauche ich jetzt so nicht umzusetzen oder zu denken, ja, das kenne ich ja schon, das brauche ich jetzt nicht oder was auch immer. Ich werde also nie den Erfolg damit haben, generieren, wie ich ihn eigentlich haben möchte. Ich merke gerade, ich gucke die ganze Zeit in die Richtung und hier ist die Kamera. Okay, gut, also bringe noch ein anderes Beispiel, damit es das greifbarer macht für den Kopf, damit wir deinen Kopf auch mal mit im Boot haben, den Denker. Schauen wir mal das Beispiel Hauskauf. Wenn du 50.000 investierst in den Kauf eines Hauses und du investierst 500.000 Euro in den Kauf eines Hauses, hast du für 500.000 Euro dann ein anderes Häuschen da stehen als für 50.000 Euro? Ist da eine andere Energie, eine andere Atmosphäre, eine andere Umgebung? Ist ja wahrscheinlich, ja, merkst du, du kannst es auf alle Ebenen einfach beziehen, ja. Und mit anderen Worten, das würde ich dir mit auf den Weg geben, je mehr du bereit bist, in dich zu investieren, umso mehr Benefit hast du auch. Je mehr du dich auch der Geldenergie öffnest, das ist etwas, was wir auch ganz intensiv in der Begleitung machen, wo wir auch auf tiefer Zellebene wirklich Geldthemen lösen, je mehr du bereit bist, diese Dinge loszulassen, umso mehr wirst du dich auch der Geldenergie öffnen, weil es macht ja keinen Sinn, sich Geldenergie zu verschließen, solange wir hier in der materialistischen Welt sind, und da sind wir nun mal, macht es keinen Sinn, Geld abzulehnen, weil alles, was uns umgibt, ist Geld und wir brauchen nun mal für alles Geld, ja. Ja, wir wollen unseren Körper gut ernähren, wir wollen gute Kleidung tragen, wir wollen uns Nahrungsergänzungen gönnen, also das allerbeste für uns, in welchen Bereichen auch immer, das kostet nun mal Geld. Und da dürfen wir einfach bereit sein, in uns zu investieren, und je mehr ich da in mich investiere, wenn ich die letzten Jahre zurückdenke, je mehr ich in mich investiert habe, war das immer angenehm? Nein, aber ich weiß ganz genau, wenn es unbequem und unangenehm wird, dann weiß ich ganz genau, da ist der Weg, die Schranke, da habe ich jetzt aufmachen. Das ist auch ein Fehler, den ich immer wieder beobachte, wo wir uns dann vom Geld abhalten lassen, wo jemand sagt, ah nee, das Geld, das habe ich jetzt zwar, aber falls mal noch schlechte Zeiten kommen, oder falls mal im Haus eine Reparatur ist, oder falls das Auto kaputt geht, oder für den nächsten Urlaub, hebe ich das mal auf. Lasse ich das mal noch auf der Seite. Was sende ich dann ans universelle Feld aus? Schlechte Zeiten, Mangel. Was ziehe ich an in meinem Leben? Schlechte Zeiten und Mangel, ja? Hat nichts mit Invest zu tun, hat nichts damit zu tun, Geld zu vermehren und in sich zu investieren, damit man wächst, damit man wirklich auch mal in dem Leben ankommt, wo man eigentlich ankommen möchte. Weil letzten Endes, ich habe mir mal die Frage gestellt, wie will ich mal auf mein Leben zurückblicken? Denken, jetzt ist es zu spät, hätte ich doch nur, ja, wenn so der letzte Atemzug naht. Oder will ich denken, es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich bin noch in dem freien Leben angekommen. Ich bin raus aus dem Hamsterrad, raus aus der geliebt werden Falle. Ich habe meine Liebsten auch mit ins Boot genommen, die Family bei mir, die Kinder, mein Schatz. Also all die Menschen, die mir einfach am Herzen liegen. Und das ist auch eine Frage, die du da stellen darfst, wie willst du mal auf dein Leben zurückblicken? Dass du sagst, okay, ich habe mein Leben wirklich ganz nach meinem Seelenplan gelebt, ganz nach meinem Seelenberuf. Und mir all das erlaubt und auch entdeckt, die Welt entdeckt und all die Dinge gelebt, die ich gerne erleben wollte. Oder hätte ich doch nur. Und da darfst du einfach radikal ehrlich zu dir sein. Und dann hast du die freie Wahl, wie willst du es haben? Dich jetzt dafür entscheiden, zum Beispiel, weil du dich schon länger mit dem Gedanken beschäftigst, dich von mir begleiten zu lassen, damit wir gemeinsam mal andere Resultate in deinem Leben erzielen. Damit du mal von A nach B kommst, wo du hin möchtest, in das freie Leben, von dem du vielleicht schon seit Jahren träumst und deine Seele, die ja schon Botschaften schickt, auf der körperlichen Ebene auch, wie auch immer. Oder mal noch eine Runde abwarten. Oder gar nichts verändern. Oder, 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 was auch immer. Ja, also, auch wenn es jetzt ein bisschen triggert, ich wollte dich ein bisschen wachrütteln damit. Und mal ein bisschen Klartext sprechen, weil alles andere bringt uns ja nicht weiter. Auch wenn es mal ein bisschen schmerzt, ja. Auch radikale Ehrlichkeit zu sich selbst tut manchmal ein bisschen weh, aber letzten Endes, ja. Aber letzten Endes bringt einen nur das natürlich auch dahin, wo man gerne hin möchte. In diesem Sinne, du findest hier einen Link, klick da drauf, emgat-bronder.de slash Begleitung. Schau, was jetzt so für dich sich am stimmigsten anfühlt. Beginne, dich zu investieren. Und die dicke Herzenempfehlung ist, all in zu gehen, gleich in Soulmate Live zu kommen, wo wir ja zehn Monate intensiv an deiner Seite sind. Oder, wenn das jetzt die Hürde zu groß ist, noch wegen den Finanzen, dann kommen die Moneyfreude Mastermind. Und lass uns da die Geldthemen erstmal auf ein anderes Level bringen, damit du dann im nächsten Schritt es dir einfacher erlauben kannst, in Soulmate Live zu starten. In diesem Sinne. Wir freuen uns auf dich. Ich freue mich auf dich, auf die gemeinsame Zeit, wenn du dich denn entscheidest. Sonnige Grüße. Bis dahin. Ciao, ciao.